Einen E-Painter haben wir darauf gezeichnet. Ich habe eine Geschichte über eine Schnecke gemacht. Diese Schnecke kam als erstes zu den Berg hoch, hat sie eine kaputte Tanne gesehen. Sie hat aus dem Tannen, einem Stamm, ein Boot gemacht und aus dem Oberen hat sie eine Segel gemacht. Also ich habe ein Haus und eine Sonne gemalt und dann habe ich noch einen Regenbogen gemacht mit viel schöner Farbe. Ich habe zeichnet, eine Dinosaurier hat eine Schule gezeichnet und ich habe eine Sonne gezeichnet, die wie eine Lohnung zu tun hat. Am liebsten arbeite ich bei E-Painter, und zwar will ich gerne malen. Am liebsten mache ich E-Painter am Computer. Da kann ich immer so schön zeichnen. Am liebsten mache ich am liebsten Löhnenzonen, aber da haben wir noch nicht so viel gemacht. So kann man so Sachen machen, zum Beispiel mit dem Heißluftballon rumfahren und so Sachen einfangen. Oder man kann auch Spiele machen. Das erklärt so Sachen. Ich arbeite am liebsten zu zweitlich. Nicht, wenn ich etwas nicht weiss, diese Fragen. Ich arbeite am liebsten alleine, weil dort kann mich niemand zu steuern. Manchmal mache ich mich gerne alleine und manchmal mit meiner Freundin. Dankeschön.